Ja, scheiße, das ist der hier. Was? Ja, das ist keiner mit abnehmbarem Dingens. Schade. Und vor allem, es ist fünfpolig, das heißt, das verstehe ich gar nicht. Beziehungsweise, ich weiß die Belegung nicht auswendig. Oh, leck. Oh, die Ablage ist auf der rechten Seite. Moment, ich würde das. Das fällt ja früh ein wenig. Ja, wie gesagt, die haben ja keinen Platz gehabt zum Gucken. Hey, die Türen, das ist Massivmaterial. Typ oder die Serie? Nee, sieht nur ein Nürbe aus.